Hallo Leute, heute möchte ich mit euch über unseren CryptoCoin diskutieren. Ja, zunächst mal möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die bisher gespendet haben für unseren CryptoCoin und natürlich auch bei allen, die kommentiert haben und ihre Ideen dargelassen haben und die natürlich auch die Umfragen beantwortet haben. Erste Ergebnisse möchte ich jetzt schon mal mit euch diskutieren. Was ich auch davon halte, wobei das jetzt eher zweitrangig ist, weil das ja euer Coin ist und ja, die Aussichten, ich habe auch schon mal ein paar Ideen von euch aufgenommen, aber alles weitere dazu folgt jetzt. Zunächst mal war ich generell sehr ungenau, was das ganze Thema unserer Coin angeht, aus dem Grund, weil ich einfach möchte, dass ihr das bestimmt, also wie genau der Coin dann sein wird. Ganz einfach, wenn ich jetzt schon zu viel Konkretes sage, dann bestimme ich das ja im Endeffekt selbst und genau so soll es ja eben nicht sein. Um das erste gleich mal vorweg zu nehmen, ich habe mir auch Gedanken gemacht, das ist jetzt nur ein Vorschlag, der letzten Endes bestimmt ihr ist. Ihr werdet auch wieder eine Umfrage eingeblendet bekommen in der Infokarte, was ihr dementsprechend davon haltet. Also ich habe mir überlegt, die Leute, die jetzt was gespendet haben und die was spenden werden für den Coin, damit er überhaupt umgesetzt werden kann, wie ihr wisst, 0,3 Bitcoins brauchen wir. Alle Leute, die den neuen Coin noch nicht kennen, schaut euch mal das erste Video an, auch in der Infokarte verlinkt. Ja, also kommen wir jetzt dazu, was ich euch eigentlich sagen wollte. Also ich habe mir überlegt, 50% der entstandenen Coins, die wir ja auch gerade festlegen, wie viele das sein werden, die sollen an die Spender gehen und die anderen 50% sollen ja an die Abonnenten kostlos verteilt werden. So, also die Leute, die Abonnent sind und gespendet haben, kriegen dann dementsprechend ja erstmal mindestens doppelt so viele Coins logischerweise und je nachdem, wie viel sie gespendet haben, also wenn sie 10% der Gesamtsumme gespendet haben, kriegen sie natürlich 10% von diesen 50%. Nur um das schon mal klarzustellen, weil die Frage halt wirklich sehr oft aufkam. Wie findet ihr das? Sollt es mehr oder vielleicht weniger sein? 50% stehen jetzt im Raum. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ja, ich bin auch oft gefragt worden, wie kannst du jetzt eigentlich genau wissen, wer diese Coins gespendet hat? Das kann jetzt jeder behaupten, das war meine Adresse, ja. Dafür gibt es eine sehr, sehr praktische Funktion, die sich Nachrichten signieren nennt. Die kann also nur, die Nachricht kann nur von jemandem signiert, werden, der Besitzer dieser Adresse ist und damit ist das einwandfrei nachweisbar. Wie das funktioniert, möchte ich euch gerne morgen zeigen. Ja, heute ist mal wieder Samstag, total komischer Tag für ein Video. Ich weiß, sonntags ist Kryptosonntag, aber ich habe mir überlegt, vielleicht ist genau dieser Samstag passend, um immer News zu unserem Coin rauszuhauen, so, ja, sozusagen als Vorvideo für den Sonntag und dass man auch was anderes sieht, sonst würde ich jede Woche nur noch unseren Coin machen und das wäre dann auch irgendwie ein bisschen langweilig für die Leute, die sich vielleicht nicht dafür interessieren. Deswegen der Samstag. Was haltet ihr auch davon? Einfach mal in die Kommentare. Also nochmal kurz zum Thema Nachrichten signieren, wie es funktioniert. Wie gesagt, morgen. Aber wenn jetzt auch keiner Anspruch auf die Spende erhebt, also nicht zwei Leute behaupten, sie hätten dort gespendet, dann werde ich einfach dem, der gesagt hat, er hat gespendet, dem werde ich das jetzt auch mal so glauben, ja. Aber sobald ein Zweiter dann natürlich sagt, er hätte es auch gemacht oder er wäre auch die Adresse gewesen, dann möchte ich natürlich, dass die Nachricht signiert ist und dann weiß ich, der oder der war's. Ja, soweit zur Vorgehensweise. Also um nochmal beim Spenden zu bleiben, um das aber dann auch damit endlich mal abschließen zu können, das Geld der Spender ist natürlich safe, ja. Also ich werde es jetzt nicht für mich behalten, wenn das Projekt nicht klappt, sondern erstens gehe ich mal vollstens davon aus, dass das Projekt klappt und ich werde ja auch noch was investieren. Wir werden das so lange noch weiterlaufen lassen, bis wir erstens, ja, sage ich mal, fast zu 100% wissen, wie der Coin aussehen wird. So lange wird das Projekt auf jeden Fall gehen und, ja, wenn wir dann das Geld zusammen haben, dann ist das Projekt natürlich auch dann am Laufen, da kommen auch trotzdem weiter noch Videos, aber damit ist das Geld dann halt investiert und ihr bekommt als Gegenwert den neu entstandenen Coin. Ist jetzt fast ein bisschen wie ein ICO, aber ihr müsst das mehr wie eine Spende sehen, damit es überhaupt möglich wird. Ich nehme mir da jetzt nicht die Gelder für mich persönlich raus, um irgendein anderes Projekt zu finanzieren, sondern das geht wirklich komplett in die Coin-Erstellung, ja. Nichts zu verwechseln, ja. Ganz wichtig. Ja, als kleine Abwechslung in diesem Video wollen wir uns schon mal die Statistiken von letzter Woche angucken. Natürlich sind die nicht festgeschrieben. Das heißt, wenn ihr da noch nicht abgestimmt habt, dann könnt ihr einfach mal auf das letzte Video klicken und da natürlich noch mitbestimmen, ja. Wie gesagt, die Statistiken, die werden so lange laufen, beziehungsweise die Umfragen werden so lange laufen, bis der Coin letztlich draußen ist. Das heißt, ihr könnt jede Woche immer noch weiter mitbestimmen, wenn ihr sagt, das geht in eine falsche Richtung. Jetzt muss ich wirklich mal abstimmen. Also, Statistik 1. 57% sind für einen POW-Coin und 43% für einen POS-Coin. Jetzt erst mal meine Meinung dazu. Ich persönlich finde POS geiler, einfach wegen des Stroms, der nicht verbraucht werden muss. Ist ja gewissermaßen schon irgendwie eine Stromverschwendung beim POS. Ich kann aber auch natürlich die Miner verstehen, die sagen, ich habe irgendwie Bock, das Ding zu meinen, deswegen bin ich für POW. Aber meine persönliche Empfehlung wäre, für POS zu stimmen, wie ihr entscheidet. Das bleibt euch überlassen. Zweite Diskussionsgrundlage sind die Anzahl der Coins. Momentan sind wir tatsächlich in einem Bereich von Millionen. Also, die meisten Leute haben für Millionen gestimmt. Insgesamt 61% waren dafür, dass es Coins im Millionenbereich geben soll. Finde ich eigentlich auch ganz passend. Milliarden ist schon fast wieder ein bisschen viel. Dann wirkt das wie so ein Coin, der eh nix wert ist und ein bisschen zu unwertvoll halt. Und kleiner ist auch wieder schwierig, weil dann hat man so wenig davon. Also, ich persönlich finde auch millionengeil. Wenn ihr das anders seht, dann stimmt ab. Derzeit haben 61% dafür gestimmt, dass die Zinsen jährlich bei 10% liegen sollen, sofern es ein POS-Coin wird. Ich muss euch sagen, ich finde das persönlich ein bisschen viel. Ihr müsst euch überlegen, je mehr Zinsen es gibt, klar, umso mehr kriegt ihr, aber umso weniger wird der Coin auch wert sein. Also, wenn man da 2-3% hat, dann ist das eigentlich schon ausreichend. Mit dem Zinseszinseffekt sind wir dann auch relativ schnell nicht mehr im Millionenbereich von der Anzahl der Coins her, sondern im Milliardenbereich. Also, das dauert wirklich nicht lange. Deswegen überlegt euch, ob ihr wirklich 10% im Jahr haben wollt. Ich persönlich bin eher für 3-4%, aber eure Entscheidung. Ja, ich möchte in diesem Video nochmal über eine andere Sache abstimmen lassen. Und zwar hat jemand mir die Idee gegeben, mit einem Kommentar, vielen Dank für den Kommentar, ja, Thema Realwert-Coin. Ja, theoretisch hat dieser Coin überhaupt gar keine Deckung und er ist nur so viel wert, wie die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Das ist natürlich, ja, nicht ganz so schön. Lustiger oder schöner wäre es, wenn das ein Realwert-Coin wäre, das heißt wenigstens, dass man, ja, irgendwas für den Coin hinterlegt hat, seien es Edelmetalle oder andere Kryptowährungen, sodass der Coin prinzipiell was wert wäre. Beispiel Tether, ja, US-Dollar T, wird er auch so schön genannt, der ist 1 zu 1 mit dem US-Dollar gedeckt, das heißt, ein Tether ist immer 1 US-Dollar wert. Ist nett, weil wir haben da eine Kontinuität drinne und nicht so starke Schwankungen. Deswegen Realwert-Coin ist ein schönes Thema. So wollt ihr sowas? Und jetzt erstmal meinen Vorschlag dazu, bevor ich die Umfrage starte. Ähm, ich bin auch dafür. Ich würde sagen, ähm, ich als, ja, Kanal-Inhaber würde dieses ganze Realwert-Ding verwalten. Ich würde eine Spendenadresse machen für die Coin-Entwicklung, für die Coin-Weiterentwicklung, damit wir Gelder sammeln, damit der Coin generell vom Source-Code, ja, immer aktuell gehalten werden kann, damit Neuerungen, ähm, in das, in den Coin mit reingebracht werden können. Und als zweite Spendenadresse würde ich, ähm, ja, Spenden annehmen für, ja, diese Realwert-Deckung. Das heißt, alles, was dort ankommt, das wird in reale Werte investiert oder in Kryptowährungen. Je nachdem, was ihr wollt. Also sagen wir mal, das wird in Bitcoin investiert und dann ist der 1 zu 1 mit dem Bitcoin gedeckt oder in Gold oder in Kupfer, Silber. Alles, was es da so Schönes gibt. Und wenn dann jetzt jemand auf die Idee käme, sagen wir mal, er will eine etwas größere Menge unserer Coins loswerden, kommt dann zu mir und sagt, ich habe beispielsweise 10% aller Coins, ähm, zahlen wir doch mal 10% des realen Wertes aus, dann würde ich das auch abwickeln. Das heißt, er würde dann 10% der realen Werte, die hinter dem Coin stecken, würde er, sagen wir mal, per Post zugeschickt bekommen. Das Ganze würde ich dann übernehmen. Was haltet ihr davon oder findet ihr das vollkommener Schwachsinn? Bitte einfach an der Umfrage teilnehmen und eure Meinung dazu in die Kommentare. Als letzten Programmpunkt haben wir noch mal den Namen des Coins hier auf meiner Liste. Und zwar haben die meisten Leute bisher für Jumpcoin gestimmt. Und wenn ihr das geil findet, dürft ihr auch gerne noch mal das alte Video anklicken. Da ganz oben steht ein Kommentar, ich glaube mit 61 Likes oder so. Ähm, die meisten Leute waren für Jumpcoin. Natürlich ist das noch nicht festgeschrieben. Wie gesagt, so lange bis, ne. Ähm, ihr könnt aber auch gerne das Ganze stärken, wenn ihr sagt, Jumpcoin ist wirklich geil, dann gebt dem auch noch mal einen Daumen hoch, um das Ganze noch mal, ja, ein bisschen eindeutiger zu machen. Zum Abschluss des Videos möchte ich noch mal erwähnen, dass ihr es in der Hand habt, wo der Coin hingeht. Das heißt, ganz wichtig sind hier natürlich auch Teilungen. Zeigt diesen Coin anderen Leuten. Ähm, sorgt dafür, dass wir hier auch immer viele Kommentare haben und natürlich auch viele Likes, sodass es so weit wie möglich irgendwie, ähm, in der Listung ist auf YouTube, damit das so viele Leute wie möglich sehen, damit der verbreitet wird und damit das ganze Projekt ein voller Erfolg wird und wir nach Möglichkeit natürlich so viele Meinungen wie möglich hier in diesem Coin abbilden können. Ja, ganz wichtig noch mal als letzter Aufruf und dann würde ich sagen, war es das soweit mit dem Video für diesen Samstag. Ja, wenn ihr das geil findet, jetzt samstags über unseren Coin zu reden, dann gebt mir auch mal einen Daumen hoch und schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich morgen wieder. Morgen ist nämlich Kryptosonntag, wie ihr wisst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Bis dann, Leute. Ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.